Hi, in dieser Session schauen wir uns die wichtigsten Neuerungen in Pro Tools 11 an. 64 Bit Pro Tools 11 ist nun ein 64-Bit-Programm. Das hat zur Folge, dass mehr als 4 GB RAM angesprochen werden können und dass das System wesentlich leistungsstärker ist. Andererseits hat dies aber auch zur Folge, dass ältere 32-Bit-Hardware nicht mehr funktioniert. Konkret läuft Pro Tools HD 11 nur mehr mit der HDX-Hardware oder mit der HD-Native-Hardware, nicht aber mit der älteren HD-Excel-Hardware. Außerdem werden viele Core-Audio- bzw. ASIO-Interfaces von Drittherstellern unterstützt. Nähere Informationen findest du auf avids.com. Avids Audio Engine Pro Tools 11 verwendet eine völlig neue Audio Engine, die Avid Audio Engine. Aufgrund dieser neuen Engine ist es nun auch möglich, offline, also schneller als in Echtzeit, zu bouncen. Voraussetzung hierfür ist, dass keine externe Hardware eingebunden ist und dass es für alle verwendeten Plug-ins eine AAX-Native-Variante gibt. Um offline zu bouncen, muss man im Bounce-Dialog einfach offline ankreuzen. In Pro Tools HD 11 ist es auch möglich, mehrere Ausgänge oder Busse gleichzeitig zu bouncen. Man hat hier einfach ein Pluszeichen und kann mehrere Ausgänge hinzufügen. So kann man zum Beispiel auf einmal alle Subgruppen und die Stereosumme ausspielen. Die neue Audio Engine unterstützt nur noch AAX-Native und AAX-DSP-Plug-Ins. RTAS und TDM sind gestorben. Da es noch nicht für alle Plug-Ins AAX-Varianten gibt, ist es sehr nützlich, dass man auf einem Computer gleichzeitig Pro Tools 10 und Pro Tools 11 installieren kann. Somit kann man ältere Sessions in Pro Tools 10 öffnen, wenn nicht alle Plug-Ins verfügbar sind. Es ist nun möglich, mehr Instrumentspuren zu erzeugen als in Pro Tools 10. 128 in Pro Tools 11 und 256 in Pro Tools HD 11. Außerdem gibt es nun einen eigenen Buffer für scharf geschaltete Spuren. Das heißt, wenn man eine Spur aufnimmt, so hat man für diese Spur automatisch die geringstmögliche Latenz. Auch wenn man für den Rest der Session einen großen Buffer eingestellt hat. Aufgrund dieses Buffers ist auch die Funktion Abhöre mit geringer Latenz hinfällig geworden. Eine weitere Neuerung ist die Option Dynamische Plug-In-Verwaltung in der Playback-Engine. Aktiviert man diese Option, so werden Ressourcen, die für die Plug-In-Berechnung reserviert sind, freigegeben, sobald ein Plug-In über eine gewisse Zeit kein Eingangssignal empfängt. Plug-Ins arbeiten also nur, wenn tatsächlich ein Clip auf der Spur liegt. Ansonsten stehen die Prozessorkapazitäten für andere Aufgaben zur Verfügung. VST3-Plug-Ins verhalten sich übrigens auch so. Auch in Bezug auf den Latenzausgleich gibt es Neues. In der Playback-Engine konnte man früher immer eine Buffergröße für den automatischen Latenzausgleich einstellen. War dieser Buffer zu klein, konnten Plug-In-Latenzen nicht mehr kompensiert werden. In Pro Tools 11 muss man die Größe dieses Buffers nicht mehr selbst einstellen. Es wird immer ein Buffer mit einer Größe von 16.383 Samples verwendet. Neben dem normalen Latenzausgleich gibt es nun auch einen Latenzausgleich für Sidechain-Signale. Dieser Latenzausgleich kann in den Programmeinstellungen aktiviert und deaktiviert werden. Die Funktion ist allerdings nur in Pro Tools HD bei Verwendung von HDX-Hardware möglich. Und auch die Systemauslastungsanzeige wurde erneuert. Man hat nun eine Anzeige pro Prozessorkern. Und es gibt eine Anzeige für den RAM. In Pro Tools 11 wurde die Avid Video Engine integriert. Das bedeutet, man kann nun mehr Videokodex abspielen und mehr Video-Hardware anschließen. Arbeitet man nicht mit Videos, so sollte man die Video Engine in der Playback Engine deaktivieren. Neue Funktionen Es gibt nun bis zu 64 rückgängig Schritte. Der Workspace-Browser, der Volume-Browser, der Project-Browser und der Catalog-Browser wurden nun in einem Browser zusammengefasst. Man öffnet diesen über Fenster, Neuer Arbeitsbereich. Hier kann man zwischen Volumes, Projekt oder Kataloge wechseln. Ansonsten funktioniert alles recht ähnlich wie früher. Auch im Mischpult hat sich einiges getan. Zum einen ist der Fader länger geworden. Zum anderen kann man eine Ballistik für die Mieters auswählen. In Pro Tools HD gibt es hier viel mehr Optionen. Außerdem gibt es in Pro Tools HD ein Gain-Reduction-Meter, das wahlweise die Gain-Reduction aller Dynamics oder die eines bestimmten Plug-Ins direkt im Kanal anzeigt. Auch bei den Cents hat man nun ein kleines Mieter, welches zeigt, ob ein Signal anliegt. Und man kann sich im Transportfenster oder hier oben einen Ausgangsmieter anzeigen lassen. Klickt man das Mieter mit der rechten Maustaste an, so kann man wählen, welchen Ausgang man sehen möchte. Man kann im Mischpult nun alle Cents in der erweiterten Ansicht anzeigen. Man kann direkt ein Preset laden, wenn man ein Plug-In mit der rechten Maustaste anklickt. Und es gibt globale Bypass-Funktionen, welche das ganze Mischpult betreffen. Man kann alle Insert-Effekte bypassen, Inserts A bis E, Insert F bis J oder alle Plug-Ins eines bestimmten Typs. Außerdem kann man alle Cents, die Cents A bis E oder die Cents F bis J im ganzen Mischpult stumm schalten. Für all diese Funktionen gibt es auch Shortcuts. Man kann in Pro Tools 11 nicht nur im Wiedergabemodus Automation aufzeichnen, sondern auch im Aufnahmemodus. Man kann also zum Beispiel einen Sprecher aufnehmen und gleichzeitig die Lautstärke der Musik automatisieren, sodass sie in den Sprechpausen immer etwas lauter wird. Im Transportfenster haben wir nun diese Fade-In-Schaltfläche. Aktiviert man diese, so wird beim Starten der Wiedergabe immer ein kurzer Fade-In über die hier eingestellte Zeit gemacht. Dadurch können Knackser vermieden werden, wenn man während der Wiedergabe die Abspielposition ändert. Man kann nun einfach neue Spuren erzeugen, indem man einen Doppelklick auf eine leere Stelle im Mischpult oder in der Spurliste macht. Je nachdem, welche Taste man dabei hält, wird ein anderer Spurtyp erzeugt. Eine neue Funktion gibt es noch, und zwar in der Spurliste. Wählen wir einmal aus, dass nur die Audiospuren angezeigt werden sollen. Für solche Aktionen gibt es nun eine eigene Rückgängig-Funktion. Man wählt einfach »Früher angezeigte Spuren wiederherstellen«. Sonstiges Das Complete Production Toolkit wurde mit Pro Tools 11 abgeschafft. Es gibt nur noch Pro Tools und Pro Tools HD. Und die Satellite-Option ist nun kostenfrei bei Pro Tools HD dabei. Über Satellite lassen sich mehrere Pro Tools-Systeme miteinander synchronisieren. Mehr dazu im Themenblock Synchronisation. Okay, das war's auch schon wieder für diese Session. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dieses Video ist Teil der Online-Tontechnik-Ausbildung bei www.sonic-vision.tv Auf unserer Website findest du all unsere Videos, auf dem aktuellsten Stand und ordentlich sortiert. Und aus der Website to filmen. Vielen Dank.